Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 der Sims 4 100 Baby Challenge. Alle schlafen, nur Momo ist hier noch unterwegs und auf geheimer Mission, um den Garten zu ernten oder abzuernten. Und in der letzten Folge, was ist das? Ach, das ist die Rakete. In der letzten Folge ist Heidi älter geworden. Ja, und wir haben sie so leiden lassen. Oder besser gesagt, ich will euch da nicht mit reinziehen. Ich nehme hier die Folge auch direkt nach der letzten auf, also von daher, ich konnte mich da noch keinen Vorwürfen von euch stellen, was ich das Kind denn so foltere. Ja, und wir haben heute Freitag und die beiden werden nicht älter werden können in der Schule, nehme ich an, weil sie, warum gehst du wieder rein? Du sollst doch alles ernten. Sind das hier nicht noch? Da habe ich nicht auf alles ernten geklickt, das kann natürlich sein. Du kannst hier nachher auch noch gegen Insekten sprühen. Kind, es ist nicht so, als ob es hier nichts zu tun gäbe. Gegen Käfer sprühen. Jedenfalls, ich konnte mich noch darum nicht kümmern. Und hier, sie werden heute nicht älter, weil sie die Fähigkeiten noch nicht dafür haben. Und wenn du aufstehst, kannst du da mal verwenden. Und dann könntest du mal frühstücken und, äh, ja, dann könnten wir übers Wochenende mal versuchen, ob Tagebuch schreiben, vielleicht was ist, was die Schreibfähigkeit bei ihr auch so weit erhöht, dass sie älter werden kann. Und dann kannst du hier ein Gericht nehmen und, Piggy, wie geht es dir? Hoffentlich können wir dich heute mal dazu bringen, auch zu duschen, wenn ich dir das sage. Das wäre gut. Und du bist hier noch dran. Bonsai kaufen. Nein. Du kannst aber, wenn es dann noch nicht zu hell ist, dann hier mal das Ding reparieren, was du kaputt gemacht hast. Momo, ich rede von dir. Also, ja, ähm, und wenn Pickel die aufsteht, kann er als erstes mal duschen und danach können wir was essen. Vielleicht kann er sich dann mit irgendwem unterhalten. Phoebe ist im dritten Trimester schwanger. Das heißt, äh, vielleicht... Wie hat jetzt dieses Geräusch gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ähm, bekommen wir, bekommen wir diese Folge schon ein neues Babylein. Das wäre natürlich nicht schlecht. Da wäre ich nicht dagegen. Ähm, Fernsehen. Könntest du eigentlich, ich lasse Piggy die jetzt auch mal aufstehen. Lilithee macht eine Phase durch. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität infrage zu stellen. Wow. Ähm, was, 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 was muss man denn davon halten? Ich wollte gerade mal gucken. Ich will das jetzt nicht machen. Ich will nur schauen, ob das geht. Ob wir ihm nochmal Verantwortung beibringen können. Familienrat geben, wie süß. Geheimhandschlag, wie süß. Verantwortung beibringen. Wir können das mehrfach machen. Gut, dann, ähm, machen wir das vielleicht am Wochenende. Wenn alle daheim sind und... Öffentlichen, städtischen Sender gucken. Ähm, den können wir ja einstellen, wenn du den gucken willst. Liebes, dann lässt sich das... Ähm... sicherlich... ...irgendwie... ...irgendwie einrichten. Vorzugsweise währenddessen. Genau. Genau. So habe ich mir das gedacht. Du, wenn du fertig geduscht hast, kannst auch mal... was essen... ...was essen... Ähm, um das zu finanzieren, könnten wir ja jetzt auch mal die Erzeugnisse aus dem Garten verkaufen. Hehehehe. So. Ja, ja. Und alle müssen in der Schule... ...in die Schule gleich. Das probieren wir. Wenn sie das witzig machen lassen. Und ich verkaufe hier gerade mal alle Objekte, alle, also all Gemüse und Zeug. Ich finde es schade, wir bräuchten irgendwie eine Funktion, die irgendwie sagt, so Gemüse oder irgendwie Erzeugnisse verkaufen oder irgendwie alles machen kannst. Das fände ich super. Und alle müssen in ca. einer Stunde in die Schule. Jetzt nur noch ca. eine halbe Stunde. Phoebe. Wenn du dich heute Morgen erhebst, kannst du dann auch mal was essen. Ähm, wo haben wir es da? Und dann schauen wir mal, was wir mit dir ansonsten machen. Pigel, die ist traurig, weil du brauchst Kontakt. Du könntest dich ja ein bisschen mit... ...mit deiner Schwester unterhalten, hm? Über Schule reden. Du gehst in die falsche Richtung. Mit Schwarmnecken. Oh, ist das süß. Dass sie das machen können. Wie goldig ist das denn? Oh, das hat mein Bruder auch immer versucht. Und als mein kleiner Bruder, er lag immer sehr daneben. Aber okay. Ich hatte es nie erraten. Nie. Und, ähm... Ja, dann können die zwei sich noch ein bisschen unterhalten. Oh Gott, du musst ja auch aufstehen. Hast du? Ne, ne, du musst noch nicht. Ja, 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 ich hab gerade einen Schreck bekommen und dachte, oh Gott. Du bist wach. Wie schön. Du kannst vielleicht auch... Was könntest du denn... Gibt es aber... Es gibt keinen irgendwie so... So wirst du super, Mama-Kanal oder so, ne? Dann guck mal den Weltkultur-Kanal. Das kann nicht verkehrt sein für dich, Fibi. Vielleicht wird dein Kind dann ja intelligent, weil es so mitkriegt. Und ihr sollt zur Schule, ne? Oh. Ist das wieder so eins, wo es wieder so ein... Ein Kampf ist, um euch dazu zu bewegen. Euch zu bewegen. Ist das wieder... Ist das so ein Ding, Kinder? Wo steckt das andere Kind? Eeeh. Die letzten Folgen ging das so gut. Geh zur Schule. Ich glaube, wir lassen ihn heute auch Kontakte knüpfen in der Schule, damit die Sozialfähigkeit hochgeht. Weil er muss ja ohnehin noch Zeug machen übers Wochenende. Und er wird heute eh nicht älter, weil er die Fähigkeit dazu nicht hat. Und da kann er auch sich ein bisschen mal unterhalten mit Leuten. Wir sind ja keine Unmenschen. So. Endlich. Es bewegt sich was. Halleluja. Das war ja auch meine Güte. So. So. Bei Fibi klingelt's. Fibi? Was will man von dir? A.I.T. will mit uns essen gehen. Ne. Ne. Hasi. Ne. So. Wenn's eins gibt, was ich nicht machen möchte, dann ist das mit E.T. essen gehen. Ähm. Heidi, du bist ausgeschlafen. Steh du mal auf. Und dann kann Momo mal... Äh. Heidi, aber ich sag' Urmel, mein ich. Urmel ein Schaumbad geben. Das wär doch eine Idee. Gemeinsam, Phoebe soll ich nicht glaub' es hackt. Das können wir mal schauen. Fumuckl, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh. Wie schön. Du kannst, wenn du fertig bist, Phoebe, kannst du mal den, äh... Kannst du mal Post bekommen. Kannst du da mal schauen, was uns da so zugesandt wurde von allen Leuten. Und ihr kommt klar. Oh, wie süß. Und Heidi schläft echt unruhig. Meine Güte, was macht das Kind denn für Geräusche? Wenn du wach bist, kannst du auch mal was frühstücken, hm? Wahrscheinlich hat sie so Albträume, weil sie sich daran erinnert, wie es ihr ging, bevor sie älter wurde. Eigentlich nie. Hm. Und die zwei haben Spaß. Oh, wie süß. Die zwei Brünetten der Familie. So, genug Kulturkanal geschaut. Danach kannst du auch mal schauen, ob du noch ein bisschen Erziehungsfähigkeit recherchieren kannst. Das wäre... Gut. Hier, das zum Beispiel. Und ihr. Stopp, stopp, stopp. Ich will nicht, dass du mit Ton spielst. Ich will, dass du, äh... Mit ihr spielst. Von mir aus kannst du sie auch zuerst liebevoll umarmen. Das ist auch in Ordnung. Dann möchte ich, dass ihr spielt. Ist die süß. Brabbeln. Siehst du, siehst du, Momo, so... Das machen wir auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wie sieht die da unten creepy aus? Momo? Machst du? Ja, ja, ja. Post wurde zugestellt. Neuer Postbote. Und Phoebe ist immer noch auf dem Weg dahin, gut. Nooo. Nooo. Was sind die beiden süß zusammen? Da gucke ich immer wieder gern zu, weil es so goldig ist. Phoebe hat alles aus dem Briefkasten. So, da können wir doch mal schauen, was da drin ist. Oh, warte, Moment. Ich wollte hier ja noch was einstellen. Ich wollte, dass du Freundschaften schließt. Genau. Und Telefon. Schummeln beim Test. Ladyfee wurde heute dabei erwischt, wie sie während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte. Steht da, wie sie während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte? Oh mein Gott. Okay. Die Jugendsprache ist in Sims angekommen. Sie wurde ins Sekretariat geschickt. Der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Es reicht, wenn der Test als nicht bestanden gilt. Ne, ich würde gerne, dass sie den ohne Handy wiederholt. Also, das Konfliktlösung steigt, Verantwortung sinkt. Warum sinkt Verantwortung? Wenn man den Test... Ja, okay. Mein... Ja, ich verstehe es. Aber es war eher so... Auch so nach dem Motto, du kannst dich nicht drumherum mogeln. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich wollte ja gucken, was die im Inventar sind. Oh, jede Menge Spielzeug. Können wir das in die Spielzeugkiste packen? Ja. Packen wir all das Spielzeug in die... Oh, die zwei haben Spaß. Riegel, die hat Bruno in der Schule getraten. Okay, jetzt kannst du auch mit Stapelblöcken spielen, dein Kind. Stapeln. Du machst gerade in die Windeln, naja, gut. Und hat schon Bewegung Level 3 und die ist gestern älter geworden. Wow! Oder? Die ist doch gestern älter geworden. Ja, Tage bis zur Altersstufe 6. Krass. Das ging echt schnell. Hä? Warum, was hast du hier? Erziehung hinterfragt. Ah, okay. Ja, was machen wir denn mit Phoebe? Manuel möchte der Gruppe... Bei Bring Achtung mit... Ups. Ich möchte im Moment keine zusätzlichen Leute in die Gruppe reinlassen, weil das schon irgendwie wirklich nur was unter Mädels sein soll. Also unter unseren Mädels. Sie spielen zusammen. Lernst du da von Elternfähigkeit? Nee. Sprechen. Kennst du hier dann vielleicht von dir aus mal Stapelhilfe? Turmbauhilfe von Phoebe? Funktioniert das? Und was machst du gerade? Formt was aus... Oh, und ihr zwei habt was miteinander zu tun. Dich hatte ich ehrlich gesagt schon fast wieder vergessen. Du kannst mal zur Toilette gehen. Und dann... Ja, schauen wir mal. Verwenden. Ebenso. Freundschaft schließen mit Momo rumalbern. Ich will dich jetzt mal richtig ansehen. Bleib wo du bist. Jetzt hast du gerade die Augen zu. Ups. Wenn man ganz schlau sein will. Okay. Okay, also das Kind sieht so aus, dass sie einfach geschlossene Augen hat. Ja. Wir wissen nicht, was für eine Augenfarbe sie hat. Sie hat einfach immer geschlossene Augen. Sie sieht durch ihre Augen wieder hindurch. Phoebe kann jetzt Auszeiten verlängern. Sie erhält mehr Informationen, wie ihr Rat die Entwicklung ihres Kindes beeinflusst. Oh. Das ist ja nett. Was könntest du denn machen, bevor du hier nur rumstehst? Oh, die zwei. Du könntest jetzt mal Hausaufgaben machen, ne? Das kannst du schon. Ja, und dann kann dir vielleicht Momo dabei helfen, die Hausaufgaben zu machen. Das wäre doch schon mal... Und da hinten geht Joffrey. Joffrey. Und der Gäse. Ich vermisse den manchmal. Der stalkt kaum noch. Jetzt ist es immer der Akira, der stalkt. Wo wird sie ihre Hausaufgaben machen, Heidi? Jetzt könnte Momo, Freundin Rottenmeier-mäßig immer sagen, Adelheit, mach nicht dies, mach nicht jenes. Kannst du hier mal helfen? Bei Hausaufgaben helfen. Supi. Und sie schreibt außen auf ihr Buch drauf. Sie pimpt das wahrscheinlich jetzt gerade auf. Ach, jetzt hat sie angefangen. Okay. Boah, dann guckt euch das an. Ach, das ist Denken. Ich dachte gerade, das wäre jetzt Level 4 Bewegung. Nee, Denken musst du nicht unbedingt lernen, Kind. Das ist okay. Kann Phoebe ihr mal Töpfchenhilfe geben? Das wäre supi. Ja. Wo haben wir ein Töpfchen? Da haben wir ein Töpfchen. Oh, guck mal, dass sie sich freut. Wie süß. Oh. Und Momo ist noch fleißig am helfen. Ja. Und macht ihr zwei jetzt mal was? Nee. So. Oder machst du gerade in die Windel? Nee, mach nicht. Heidi bitten zu ringen. Ah, im Sinne von kämpfen. Okay. Nee, beide seid noch dran. Ich hoffe, davon steigt die Elternfähigkeit jetzt auch. Die Erziehungsfähigkeit meine ich. Hausaufgaben beendet. Wunderbar. Ach ja, gut, es steigt. Das ist gut. Was könnte Heidi denn mal für Fähigkeiten lernen? Was hat sie denn schon für Fähigkeiten? Motorik 2, Sozial 2, Motorik 1. Ich finde ja, zu Heidi würde es passen, ein bisschen zu toben, können wir es hier, wer sitzt denn da? Mirko Klein mit Ria Dutta, unsere Hebamme und mit einem der Väter, mit Heidis Vater tatsächlich dann. Training. Achso. Ich dachte gerade. Dann kannst du hier mal spielen, Liebes. Sit-Ups machen. Was für ein komisches Kind. Mit Momo rumalbern. Ja, ja, ja. Wo ist Momo? Da ist Momo. Sie hat wieder Durst. Kann sie das irgendwie wegräumen? Ups. Nee. Zweierschülerin. Ja, ja, ja. Habe ich mir schon gedacht, weil, ähm, ne? Zeug. Ihr, du bist in dem. Okay, also ihr seid beide nicht so im allerbesten Zustand, aber ihr könnt ja mal. Vielleicht zusammen was spielen. Und Phoebe. Ist noch im Töpfchen-Training drin. Da würde ich danach vielleicht... Na, mal schauen. Gucken wir mal. Aber ich habe noch auf Pause. Ja, gut. Dann kann ich auch nicht erwarten, dass es vorangeht. Ich will das Baby sehen, Phoebe. Ich will das Baby sehen. Nicht in die Windel. Ins Töpfchen. Nicht in die Windel. Ins Töpfchen. So erklärt man Kindern, wie das geht. Und? Gefördert werden. Ja, ja. Könnt auch hier mal. Yay. Oh, und wir müssen Heidi noch hinzufügen zur Gruppe, ne? Heidi. Und ihr zwei seid immer noch dran. Oh, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Das hat man mitgekriegt. Jetzt kam aber gerade der Fortschritt. Jetzt hör doch mal, was für ein... Oh, Momo. Oh, meine Güte. Hau die immer den Teddy? Oh. Oh nein. Kann sie hier mitspielen? Spiel mal mit. Was soll denn das? Level 2 der Motorikfähigkeit erreicht. Du bist doch ein schneller Lernerkind. Level 3 der Videospielfähigkeit erreicht. Ja. Ich würde trotzdem gern, dass sie noch schreiben lernt. Die liebe Lily Fee. Oh, was sie sich freut. Ich glaube, irgendwie die meisten Kinder sind mit Videospielfähigkeit älter geworden bei uns. Ich würde gern, dass sie noch was anderes kann. Ja. Und du gehst was essen. Und Kind, magst du noch ein bisschen rumrennen? Bist sauer wegen... Ach, wegen Hunger? Ja, gut. Essen darfst du. Warum können wir das nicht hier irgendwo abstellen? Weil Phoebe das grad will? Wie viel haben wir hier auch nur noch einen übrig? Dann machen wir das so. Eingericht nehmen. Und was kam da grad für Meldungen? Level 2 der Kreativität. Ja, ja, ja. Da haben wir jede Menge Zeug. Okay. Oh, und was für ein Bild. Da möchte ich grad mal... Da möchte ich grad mal... Oh, die Kinder, die zusammenspielen. Wir können das noch mit Phoebe im Hintergrund. Da mach ich einen Screenshot. No, wie süß. Oh, und wir müssen noch ein Foto machen mit Momo auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, und jetzt kommt auch noch Phoebe dabei. Und die ganze Familie ist so versammelt. Oh. Phoebe, setz du dich? Ja. Und das Kind setzt sich jetzt auch noch hier hin. Oh, da muss ich nochmal einen neuen Screenshot machen, weil... Wie süß ist das denn bitte? Schnell bevor jemand aufsteht. So. Das haben zwar einige die Augen zu. Das ist mir aber egal. Können wir das hier irgendwie so machen, dass alle drauf sind? Nö, fest? Irgendwie so? Oh. Wir haben ein bisschen blöden Winkel hier. Moment. So, können wir das noch mal probieren. Süß. Okay. Dann lasse ich die hier noch spielen. Und ich beende die Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Wir hören uns um siehle. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.